Rentenerhöhung 2024 ist beschlossene Sache. Bundesregierung winkt den Referentenentwurf zur Rentenwertbestimmung des Bundesministers für Arbeiten Soziales durch. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, am 20. März 2024, ich glaube, das war der 20. März, hat der Bundesminister für Arbeiten Soziales, Hubertus Heil, die Rentenerhöhung zum 1.7.2024 angekündigt. Und zwar mit einer sogenannten Rechtsverordnung, Rentenwertbestimmungsverordnung und dort als Referentenentwurf. Das heißt also, dort in diesem Referentenentwurf stehen praktisch die gesetzlichen Änderungen drin, die über eine Rechtsverordnung dann dazu führen, dass zum 1.7.2024 es eine höhere Rente gibt. Und damit das ganze Verfahren in ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einmündet, muss die Bundesregierung, das ist zwingend gesetzlich vorgeschrieben, diesen Referentenentwurf, diese Rentenerhöhung beschließen. Und zwar mit einem eigenen Gesetzesentwurf oder mit einem eigenen Verordnungsentwurf. Und das hat sie heute am 24.04.2024 so im Bundeskabinett beschlossen. Das heißt also, das Gesetzgebungsverfahren geht jetzt los. Wir werden also zum 1.7.2024 eine Rentenerhöhung bekommen und zwar 4,57% mehr Rente für Gesamt, West und Ost gleich. Der Rentenwert beträgt dann 39,32 Euro. Es sind von der Rentenerhöhung alle gesetzlichen Renten, das heißt Altersrenten, Renten wegen Erwerbsminderung, hinterbliebenen Renten und auch die gesetzlichen Unfallrenten umfasst aber auch die Renten aus der Alterssicherung für Landwirte. Meine Damen und Herren, es ist eine gute Nachricht. Jetzt ist es fix. Die Bundesregierung hat das Gesetzgebungsverfahren sozusagen in Gang gesetzt. Sie hat dem Verordnungsentwurf des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, zugestimmt. Und jetzt geht die ganze Sache sozusagen in die ganz normale Gesetzgebung und mündet dann letzten Endes in der Zustimmung durch den Bundesrat. Und wenn das Ganze alles dann durch ist, werden wir dann in Kürze auch die entsprechenden neuen Rentenbescheide bekommen. Das sind dann wieder mal ein paar Millionen, die da gedruckt werden. Aber meine Damen und Herren, so weit ist es noch nicht. Aber letzten Endes gute Nachrichten. Rentenerhöhung ist zum 1.7.2024 beschlossene Sache. Bundesregierung hat dem zugestimmt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.